Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer siebenten Vorlesung in der Reihe Heilungserzählungen im Neuen Testament. Konzentriert, wie Sie wissen, vor allem im Markus-Evangelium. Eine letzte Stunde werden Sie sich noch erinnern, eine ganz merkwürdige Krankheit, wenn man so will. Die Schwiegermutter des Petrus ist im Fieberzustand. Und wir haben es damit begründet, dass ihr Schwiegersohn Petrus und dessen Bruder Andreas von Jesus gerade abgeworben wurden, am Nordrhein-Tessis-Genezareth in Kapernaum. Er hat sie mitgenommen, heraus und weg aus einem bürgerlich begründeten, sicherheitsverheißenden Beruf. Die sind Fischer. Was wird aus der Schwiegertochter, wenn der Mann mit Mal ein Fremdgänger wird, ganz wörtlich, mit Jesus durch die Länder geht, ein Wanderprophet, ein Wanderbettler, wie auch immer. Keinerlei soziale Sicherheit mehr, da soll man nicht nervös werden. Und etwas, das Sie in den Vorweihnachtstagen wahrscheinlich selber mitempfinden können, Sie bekommen Besuch. Womöglich von Leuten, die Sie gar nicht so gern mögen oder gegen die Sie sogar eine Menge haben. Nun müssen Sie aber zeigen, was für eine gute Gastgeberin Sie sind, für eine gute Hausfrau. Sie müssen vorsorgen. Ich weiß von manchen, das kann drei, vier Tage dauern, allein die Vorbereitung auf den Weihnachtsnachmittag. Das muss man alles präsentieren, damit man akzeptabel bleibt. Unter den anderen, man kann sich nicht freuen, man ist hochgestresst, aber man muss natürlich dauernd so tun, wie wenn das alles glücklich ist. Und man am Ende völlig erledigt, schon darüber nachdenkt, was nächsten Weihnachten sein wird. Wer wird uns dann einladen? Und dann ist der Konkurrenzvergleich. Wer hat es besser oder schlechter gemacht? Diesen ganzen Stress haben wir in der letzten Stunde beantwortet, bei der Ankunft oder dem Besuch Jesu bei Maria und Martha. Und dann spaltete sich das wie zur Lösung auf. Martha ist die Person, die aktiv die Gastfreundschaft zeigen möchte, pflegen will, organisiert. Und sie ist ständig in Trab und klagt am Ende ihrer Schwester Maria an und sagt ihr doch, sie soll endlich mithelfen. Sie sitzt nur da rum und tut nichts. Und Jesus erklärt, das ist das Beste, was ich machen kann. Ich bin noch nicht gekommen, mich bedienen zu lassen. Ich möchte einem Menschen begegnen in Ruhe, in Stille, in Gespräch, in Austausch, in Wechselseitiger Seelenberührung und Verwandtschaft. Maria hat das allerbeste Teil der Welt, eine Einladung zwischen Meditation und Aktion, zwischen nach innen Gewandtheit und nach außen Gerichtetheit, ein Maß zu finden, das verträglich wird. Und sich in diesen beiden Geschwistern polarisiert, aber auch synthetisiert. So in der letzten Stunde. Aktivität und Passivität, Rezeptivität und Gestaltung. Beides soll und kann zusammenkommen. Phasenbedingt, oft indem es sich wechselseitig ablöst, aber eigentlich ständig ergänzt. Bete und Arbeite haben wir sogar, die Mannsregel des Heiligen Benedikt zitiert. Das war die vergangene Stunde. In Erinnerung haben sie noch, dass die Heilungswunder in aller Regel zu tun haben mit Störungen der Nervenbahnen, in der Sensorik und in der Motorik. Das liegt daran, dass wir auf beides einen begrenzten Einfluss haben. Willentlich, natürlich organisieren müssen, was soll uns interessieren in der Sensorik. Welche Einflüsse, Informationen, Reize müssen wir beachten, weil sie eine Bedeutung haben. Welche brauchen wir nicht mehr zu beachten, weil sie so gewöhnlich sind und nichts mehr an Neuigkeit vermitteln können. Jetzt, wenn sie zu Hause sitzen, auf der Sofakante, werden sie ihre Pendeluhr, den Schlag derselben, wahrscheinlich nicht hören. Wenn sie es im Moment versuchen würden, ich will doch hören, wie sie schlägt. Sie hören sie nicht. Ihr Gehör hat sich daran gewöhnt. Alles in Ihnen sagt, es hat keine Bedeutung. Ich muss das nicht beachten. Und das hat eine solche Dauerwirkung, dass sie Mühe hätten, überhaupt sich darauf zu konzentrieren, dass der Schlag der Uhr noch Geräusche macht, die sie hören könnten. Wir haben willentlich Einfluss auf die Sensorik, aber wir haben auch im Unbewussten die Möglichkeit, dass das, was wir wollen, unterlaufen wird. Es passiert dann nicht oder das Gegenteil von dem, was wir eingeschaltet haben. Und das Gleiche ist in der Motorik möglich. Und in den beiden Bereichen, wo seelische Störungen in die Sensorik und Motorik sich einschalten, bei vollkommener organischer Gesundheit haben wir den Bereich, wo psychische Heilungen tatsächlich, wie die Bibel es erzählt, plötzlich möglich sind. Die Störung ist chronisch. Sie liegt in unserem Charakter, in unserer Verarbeitungsweise, in unserer Gestimmtheit. Aber wir können daraus erlöst werden durch die Gegenwart eines Anderen, der uns von allen Sorgen, Ängsten, Widersprüchen, inneren Zerreißproben befreit. Er erlaubt uns endlich durchzuatmen, wir selber zu sein und gibt uns uns selber zurück in unseren Entscheidungsbahnen. Das ist dann, was die Bibel ein Wunder nennt. Ein plötzlicher Durchbruch, der nicht die Organe verändert, aber die Einstellung im Umgang mit uns selber. Bedingt durch den Einfluss der Anderen. Wem mache ich was recht? Wer entfremdet mich von mir selber? Das sind die Fragen, die wir bisher behandelt haben. Heute kommen wir auf ein Wunder, das sich unmittelbar an die Heilung der Schwiegermutter des Petrus anschließt und das ich auch in Folge dessen jetzt mit Ihnen lesen möchte. Vorweg hatten wir noch hier zur Einleitung und zur Erklärung der gesamten Reihe der Wundererzeilung in Markus die Heilung eines Besessenen in der Synagoge von Kafarnaum an einem Sabbat. Und ich hatte Ihnen vorgetragen, es ist die Heilung einer Krankheit, die in der Religion selber begründet sein kann. Man redet von Gott, aber man organisiert Macht, Herrschaft über Menschen, Einfluss auf ihre Seelen und man macht aus Gott einen Dämon, ein Schreckgespenst, ein ewig strafender, untersuchender Inquisitor. Genau das, was die Kirche mit den Menschen macht, hat sie gemacht aus Gott selber zur Eigenbegründung. Es ist das Gegenteil von dem, was Jesus in seinen Tagen in der Synagoge, den Schriftgelehrten erklären wollte, das, was Gott mit Menschen vorhat, ist doch nicht die Zwangseinweisung in eine Gefangenschaft, die niemals enden soll. Eine Dauerkontrolle der Gefahr, dass man ein Mensch ist. Ausbruchgefährdet, Dauerüberwachung. So ist nicht Gott. So werden Menschen krank. Durch dieses Gottesbild. Und Jesus kommt, ein anderes dagegen zu setzen. Wir haben das unterschieden noch in der letzten Stunde zwischen Matriarchat und Patriarchat. Und ich sagte, es geht jetzt nicht um Genderpolitik, es geht um Verhaltensweisen. Mit Patriarchat verbindet man, dass Menschen einander akzeptieren, mögen, können, hochschätzen, aufgrund ihrer Leistung, die sie herbringen. Des Nutzens für die Gesellschaft, des Nutzens in der Firma, für den Inhaber der Firma, ist ein Schema auch der Ausbeutung, auch des Benutztwerdens, des Abzweckens der Person anderer zu bestimmten Dienstleistungen, die, wenn sie sie gut verrichten, Anerkennung, sogar Aufstieg, Prämien, Karriere verheißen mögen. Aber es ist immer Bedingungsweise. Das nennt man Patriarchalismus. Und hat dabei die Vorstellung, dass Väter ihre Kinder erst richtig annehmen, aufnehmen, sich zu ihnen wenden, wenn sie etwas können. Wenn sie für was da sind. Wenn sie schon mal zeigen, es ist ganz wie der Großvater, es ist ganz mein Sohn, dann wird man stolz auf die Tüchtigkeit. Von Frauen, von Müttern, denkt man sich die Vorstellung anders und hat dafür auch sinnfällige Beweise. Eine Mutter wird ihr Kind lieben, in einem Zustand, wo es als Neugeborenes überhaupt nichts kann, nichts weiß, nichts tut, keine Verdienste erbringen kann. Es ist völlig hilfsbedürftig. Alles, was es braucht, ist die Mutter selber. Und die Verbindung zwischen Mutter und diesem Kind, das noch gar nichts kann und weiß und tut, ist so innig, wie sie nur sein kann. Und sie ist tragfähig für das ganze Leben. Das meint man mit Patriarchat, eine Verbindung, die unbedingt gilt, einfach für die Tatsache, dass du da bist. Ich liebe dich, nicht für das, was du leistest, sondern für das, was du bist. Eine Mutter wird nachträglich bestätigen, ich habe dich gewünscht. Du bist mein Wunschkind. So wird sie es erleben, jedenfalls, wenn es gut geht. So ist es nicht. Keine Mutter hat dieses ihr Kind, das sie zur Welt braucht wünschen kann. Aber sie empfindet so. Und das meint Patriarchat. Jesus nun spricht von Gott, im Grunde, indem er die Patriarchalismen seiner Religion zu seiner Zeit umwandelt in eine matriarchal-religiös begründete Grundhaltung. Gott kann dich nicht mögen, erst für das, was du richtig machst. Wenn du die Gebote erhältst, wenn du dich reinerhalten hast, wenn du ein Mann des Gesetzes bist, 613 Gesetze, perfekt auf der Schnur, alle mündlichen Kommentargesetze, inklusive die Bedingung dafür, dass du mit dir klarkommst, dass du den Moralismus der Gesetze, Religion überhaupt ableisten kannst, mehr oder minder, liegt da drin, dass du dich akzeptiert fühlen darfst, gewünscht vorkommen darfst, gemocht fühlen darfst, in den Händen und den Armen Gottes. Das ist, was Jesus in die Welt bringt. Und das ist die Energie, Menschen zu heilen, in ihren Ängsten, psychischen Verwirrungen, in Form der Selbstablehnung, bis hin zum Hass, mit der Zwangsanpassung. Das muss ich denn noch tun, dass andere mich mögen können, überhaupt zulassen zum Leben, mindestens dulden können. Und wie viel Geduld müssen sie aufbringen mit jemandem, der ständig in der Klage und im Widerspruch mit sich selber umgeht. Ich bin doch unmöglich, mich kann doch keiner mögen. Und wie tröstet man, heilt man, führt man zurück, Menschen, die so weit von sich entfernt sind und von allen anderen, die Nähe von Menschen als Gefahr. Das ist das Thema, dem wir uns heute zuwenden. Gleich die nächste Geschichte in Markus Kapitel 1 ist nämlich die Heilung eines Aussätzigen. Ich lese Ihnen die Geschichte einmal so vor, wie Markus sie uns erzählt und dann denken wir uns da hinein. Was passiert? Wie wenden wir das auf unser eigenes Erleben an? Gott sei Dank, ich vermute, Sie hatten keine Krankheit, die man Libra nennt. Aber wenn Sie sie gehabt hätten, wäre sie heute in aller Regel heilbar. In den Tagen Jesu sah man das vollkommen anders. Und das müssen wir in der Härte, der Auseinandersetzung, der Ausgrenzung, die mit Librakranken sich verbunden hat, uns nochmal verdeutlichen und dann übertragen in eine ganze Reihe von Anwendungsfällen, die im Sozialen liegen, im Psychologischen liegen, wie viele Formen. Du darfst zu uns nicht gehören. Kennen wir. Auch medizinisch begründet hatten wir gerade. Wir erleben es. Erstes Kapitel des Markus-Evangeliums, wenn Sie es für sich auf dem Sofa sitzen oder auf Ihrem Stuhl aufschlagen möchten, Abvers 39 in Markus 1. Und er ging, indem er verkündete, in ihre Synagogen in ganz Galiläa. Und er trieb die Dämonen aus. Da kommt zu ihm ein Librakranker und bittet ihn inständig, kniefällig und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er wird von Mitleid ergriffen, streckte seine Hand aus und berührte ihn und sagt ihm, ich will, sei rein. Und sogleich wich von ihm der Aussatz, die Lepra, und er ward rein. Und er schrocken über ihn sogleich. jagte er ihn fort, trieb er ihn fort. Er fuhr ihn an. Ein merkwürdiges Wort hier. Wie wenn er ergrimmt wäre. Das ist eine Fehlübersetzung aus dem Hebräischen oder Aramäischen. Ich erläuter das gleich. Und er sagt ihm, pass auf, niemanden, nichts, sagst du. Sondern geh hin, zeige dich selbst dem Priester und verrichte das vorgeschriebene Opfer, das Moses angeordnet hat, zum Zeugnis für sie. Er aber ging hinaus und fing an, es zu verkünden. Alles. und er verbreitete die Rede, so dass überhaupt nicht mehr er öffentlich sich zeigen konnte, wenn er in eine Stadt hineinging, sondern außerhalb, an einsamen Orten hielt er sich auf. Doch sie kamen zu ihm von überall her. Das ist, wenn Sie so wollen, die Kurzbiografie Jesu in der kurzen Zeit, in der er gewirkt hat. Eines haben wir vom Ende schon zu lernen. Wir sind gewöhnt, dass Wunderheilungen Publicity schaffen. Das muss berichtet werden, das ist sensationell, spektakulär, jetzt also Kamera ein, Zeitung drauf, schon Eie im Spurt. Es verdirbt die Energie, Menschen so zu berühren, dass sie heil werden könnten. Alles, was Sie gerade gehört haben, ist die Konzentration auf einen einzigen. Nur um den geht es. Was die Priester dabei sollen, werden wir gleich noch erfahren. Aber wir merken uns dabei, es geht um die Sensibilität einer persönlichen Begegnung, die nicht gestört werden soll und darf, durch Öffentlichkeit, durch Herstellung des allzu vielen im Mann, in der Gemeinschaft, von Leuten, die als Zuschauer, aber nie als wirkliche Person tätig werden. Man befriedigt nicht, wenn man Menschen heilt, die Neugier kann er das. Hat er die Macht? Wer ist er denn? Oh, das müssen wir verbreiten. Genau so nicht, so verliert man sich, da wo man gerade konzentriert sein muss. Und die Kraft der Konzentration ist hier im Sinne Jesu, der Glaube an Gott. Auch das wollen wir nicht. Was die Erinnerung verlieren, alles was Jesus tut, ist eine Versammlung im Wesentlichen. Deshalb die Rückkehr in die Einsamkeit der Orte. Das ist die Stätte, von der Markus immer wieder sagt, dass Jesus dort betet. Vertrauen gewinnt in einer absoluten Beziehung zu einem Gegenüber, das möchte, dass wir sind. Und das trägt er in ihre Synagogen, in ganz Galiläa. So wird berichtet. Was haben wir hier vor uns beim Aussatz? Ehe wir dazu direkt kommen, müssten wir sprechen über die Haut, unser größtes Organ, und auf welche Weise sie erkranken kann. was uns einhüllt, so wie jede Zelle eine Membran, ist unsere Haut. Und was sie tut, ist dasselbe, was eine Membran für eine Zelle tut. Sie ist die Vermittlung zwischen innen und außen. Sie entscheidet darüber, was ins Innere hinein soll, weil es notwendig ist und nützlich, und was auf keinen Fall da hinein gehört und draußen bleiben soll. Und der umgekehrte Weg genauso, was ausgeschieden werden muss, weil es sich erledigt hat, abgeführt werden muss, und im Wechselspiel jetzt zwischen drinnen und draußen ist die Haut, die Vermittlungsstelle, sozusagen die Zollgrenze für den Verkehr hin und her. Entstanden ist die Haut aus dem Ektodarm und ganz eng verbunden mit den Nerven. Und das ist, was sie selber wissen. Die Haut lässt uns fühlen. Das muss sie, wenn sie vermitteln will, nach draußen, muss sie für die Reize, die von draußen kommen, hoch empfindlich bleiben. Und das tut sie. In ganz merkwürdigen Formen, heiß und kalt, fühlen wir sofort. Spitz und stumpf, sofort. Weich und hart, sofort. All das sind Empfindungen, die die Haut uns vermittelt und merkwürdigerweise jetzt, auf der Vorderseite viel intensiver, inniger als auf dem Rücken. Das hat aus der Million damit zu tun, dass wir mal auf vier Beinen gegangen sind. Da ist unsere Unterseite schutzbedürftig, während die Oberseite bei Regen, bei Sturm, bei Blätter, die herabfallen, eine Menge vertragen kann. Sie können das selber nachprüfen. Ich habe noch vom Schulunterricht in Erinnerung, wie unser Biologielehrer mit einem Zirkel kam und dann prüfte. Wenn er den Zirkel am Rücken in die Haut presste, konnte der Abstand relativ groß sein, wo man den Unterschied überhaupt merkte. Auf der Vorderseite war der Winkelausschlag viel, viel enger. Und das war der Beweis, auf der Vorderseite sind viel mehr Nerven zur Verfügung, Reize aufnehmen als auf der Rückenseite. Das hat damit zu tun, dass wir eine ganze Weile, 200 Millionen Jahre lang, als unsere Säugetier Vorfahren die Erde heimisch machten, auf ihr Weinen gegangen sind. Eigentlich erst neuerdings evolutiv in den Zeitmaßen beschrieben, ist der aufrechte Gang entstanden. Aber unser Körper reagiert nach wie vor in der Weise. Wie aber reagiert er jetzt konkret? Auch das können wir uns vorstellen. Wenn ich eben sagte, wir reagieren zum Beispiel auf Wärme oder Kälte, kann es so sein, dass wir sprichwörtlich es an unserem Rücken kalt entlang laufen fühlen oder heiß entlang laufen fühlen. Ganz im Kontrast, aber beides kann sogar in der Verschiedenheit wie ein und der Säule werden für uns. Noch anders. Es kann uns ein Schauern durchlaufen und dann ist es so, wie wenn uns sprichwörtlich die Haare zu Berge stehen würden. Auch das macht Sinn eigentlich nur archaisch und entspringt einem Zustand, wo wir noch Fellbesatz am ganzen Körper hatten, wo die Haut geschützt war gegen Wärme und Kälte mit einem eigenen Fell. Dann mit Mal macht es Sinn, wenn sich die Haare aufrichten, bei Schrecken zum Beispiel, bei Entsetzen zum Beispiel. Es vergrößert nämlich scheinbar das Volumen unseres Körpers. Wir werden in Angst plötzlich dem anderen scheinbar gefährlicher und das wäre ein Schutz. Der Angreifer sieht in der Imposanzreaktion unserer Haut, dass wir nicht so klein und schmächtig sind, wie er sich vielleicht vorgestellt hat. Eine automatische Drohgebärde, die uns in den Körper, in die Haut eingeschrieben wurde. Selbstvergrößerung durch Aufrichten von Haaren. Das andere kann natürlich auch sein. Wir ziehen uns ganz eng zusammen. Wir drücken uns an die Erde und machen uns unsichtbar. Laut der Spielarten sind das, Haut zeigen als ein Vermittlungsorgan, das dem Willen weitgehend entzogen sein mag. Und was hat das alles zu tun mit Lepra und Aussatz und wo soll das hinführen? Gehen wir nur einen kleinen Schritt weiter. Die Haut ist ein Signal hier nicht nur in Schreckmomenten, in dem der Körper sich scheinbar vergrößert. Wir sehen dem anderen ins Gesicht und dann ist die Haut auch sprechend für die Seele des Anderen. Wie werden wir angeschaut? Das ist in den Augen. Wie ist unsere Mimik? Das ist im ganzen Gesicht. Aber auch die Haut spielt dabei eine ganz große Rolle. ist sie weiß oder bräunlich? In welchen Farben spielen? Ist sie rein oder unrein? Das wird jetzt eine Schlüsselfrage für unsere Geschichte. Der Mann, der zu Jesus kommt, möchte gereinigt werden. Sie alle kennen das, wie schwierig es werden mag, wenn man zwölf Jahre alt wird, 14 Jahre alt wird, man kommt in die sogenannte Pubertät, ein Schimpfwort beinahe. Es hat damit zu tun, Probleme bekommt mit Akne, mit Hautausschlag. Der Hormonaushalt verändert sich und das ist nicht wohlgeordnet und die Haut kann mit Mal Probleme schaffen. Was macht man jetzt? Man kann das versuchen weg zu pudern, weg zu schminken. Vor allem für Mädchen ist das ganz entsetzlich. Es kann bis ins Alter hinein sich fortsetzen. Ich habe erlebt, dass Frauen sich abmelden, weil sie fürchten, sie haben irgendwo eine kleine Verunstaltung in ihrem Gesicht. Damit darf man sich nicht zeigen. Das macht unlebenswert. Das ist peinlich. Ehe das nicht aufhört, ist man nicht eine Person, die sich vorzeigen könnte. Natürlich möchte ich das in Gesprächen genau dieser Ängste keine Rolle mehr spielen. Ich möchte ja nicht die Haut begutachten, sondern über die Seele auch das Gefühl der Reinheit bei winzigen Störstellen durch Selbstvertrauen abarbeiten. Also müsste man ja kommen und darüber reden dürfen. Aber es kann wirklich eine Sperrwand sein. Man darf sich Menschen nicht zumuten mit dem kleinsten Makel. So wird es empfunden wie ein Gesichtsverlust. Das ist unerträglich dann. Noch ein Schritt weiter müssten wir jetzt denken, dass das ein Dauerproblem werden kann. Es gibt Hautunreinheiten, die sich festlegen können und die dann sehr tief gehen. Jetzt sind wir bei Farmen, in denen wir Krankheiten beschreiben können. Eine mögliche solche Erkrankung, die nach außen kaum in Erscheinung tritt, aber umso empfindlicher persönlich spürbar wird, ist etwas, mit dem man auf die Welt kommen kann. die ganze Haut ist krank und tut weh. Der medizinische Ausdruck ist Neurodermitis, nervlich bedingte Hautentzündung. Das kann daran liegen, dass schon vor der Geburt die Mutter so sehr belastet war, dass sie eine ganze Menge Stresshormone eingegeben hat in das Embryonalstadium der Entwicklung ihres Kindes vor der Geburt so kommt es dann mit Neurodermitis auf die Welt. Das Erlebnis für die Mutter ist, sie hat ein Schreikind zur Welt gebracht. Das Kind wird ständig Aufmerksamkeit suchen. Und wie geht man damit um? Man kann selber nicht mehr schlafen, man wird selber nervös, man wird kribbelig, man könnte draufhauen, aber das will man natürlich nicht. Das Kind kann ja nicht dazu, es ist ein armes Kind. Nur was macht man mit einem Kind, das dauernd stört und als störend empfunden wird? Es gab oder gibt noch heute in Gelsenkirchen eine eigene Aufnahmestelle, in der von Arzt wegen Mütter mit Neurodermitis Kinder belehrt werden, wie sie damit umgehen, vor allem in den ersten zwei Lebensjahren. Solche Kinder können nicht einfach in die Kita, in den Kindergarten, wie es freundlicherweise mal hieß, ein Aufenthaltsort wie zur Blumenpflege, mit Kindern, die nichts weiter brauchen als Sonnenschein und Liebe. Kita! Ein solches Kind kann da nicht rein, er stört, er schreit. Und das ist jetzt die Aufgabe, die in Gelsenkirchen gelöst werden sollte. Man wollte den Eltern den Mut machen, ja wozu eigentlich, das Kind ruhig mal schreien zu lassen. Ich drücke es positiv aus, sich nicht von dem Kind mit seiner Erkrankung das Zentrum des gesamten eigenen Lebens aufzwingen zu lassen. Denn das ist jetzt das Normale. Das Kind beansprucht die Eltern ganz. In ihrer Zeitplanung, in ihrer Verteilung der Aktivitäten. Es beansprucht Aufmerksamkeit. Nicht nur jetzt, eigentlich auf Dauer. Eine Frau konnte mal verzweifelt sagen, womit habe ich das nur verdient? Und sie machte es dem Kind schon vor, womit habe ich nicht nur verdient? Und wie ist darauf hin, dass andere Kinder mit anderen Müttern glücklich und fröhlich lieben, aber ich, sie kamen sich vor wie bestraft. Auch das wird ein Thema in dieser Geschichte. Kann es sein, dass man eine Krankheit empfindet als Strafe? Ja, von wem jetzt? Für eine Schuld, die man gar nicht eigentlich begangen hat, jedenfalls nicht durch eigenen Willen. Aber man spürt eine Mitbeteiligung, den Zusammenhang einer Verursachung. Nun, wie soll man damit umgehen? Was man in Gelsenkirchen wollte, war, ein Freiheitsraum den Eltern zurück schenken. In späteren Zeiten wird das so sein, da schon die Überlegung, was machen wir zu Weihnachten, wie gehen wir durch die Weihnachtsferien, was machen wir, wenn Urlaub sein könnte, im nächsten Jahr, wo könnten wir überhaupt hinfahren? Völlig absorbiert werden können von dem Kind. Was tut dem Kind am besten? Neurodermitis, wir müssen mit ihm zur See fahren. Das sagten schon die alten Römer. Die Sonne und das Meer, halt alles. Mal, omnia, sanat, sol et sal, die Sonne und das Salz. Das wirkt bei Neurodermitis scheinbar wunderbar. Also es gibt keinen anderen Urlaubsort als das Meer. Kann man jetzt noch verteilen auf den Ost- oder Nordfriesischen Inseln, wohin am liebsten, was ist am billigsten und am besten. Es geht alles um das Kind. Vielleicht wollen die Eltern ja mal in den Bergen, aber es geht nicht, weil das Kind. Also fährt man ans Meer, will aber lieber in den Alpen sein. Schon hat man einen Widerspruch und den mag das Kind natürlich auch. Es stört und ist es als Störfaktor hocheffizient. Und den Ärger mag das ebenfalls. Die Eltern reagieren nicht geschlossen, seelisch, sondern immer ambivalent. Sie haben das Kind lieb, aber wie können sie das Kind in dieser Form nicht wirklich lieben, nicht nur lieben. Und diese Widersprüche zerreißen auch die Seele des Kindes und verstören und vermehren damit die Erkrankung, die Neurodermitis. Das Kind fühlt sich geliebt und gleichzeitig ungeliebt. Und wie kann man damit umgehen? Das Paradox ist, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, dass Hauterkrankungen mit Sonne und Salz am besten geheilt werden durch Zärtlichkeit. Dafür ist das Organ der Haut nicht nur das Größte, sondern auch das Empfänglichste. Jeder von Ihnen weiß das, bei der Umarmung, beim sich Streicheln, auch nur bei der Berührung der Hand. Und welche Zonen des Körper streichelt man? Das Gesicht, den Rücken, die Brust, den Schoß. All das ist Zärtlichkeit in breitester Form. Und soll man jetzt denken, das ist, was eigentlich auch ein Neurodermitis-Kind sucht? Eine Berührung, die gut tut? Bei der Akne hätten Sie sich noch verordnet, dass man mit Cremes dagegen angeht. Aber was Sie dabei unbewusst mitgeliefert bekommen haben, ist, dass Sie ja beim Auftrag der Creme sich selber streicheln, ist auch ein Moment der Zärtlichkeit. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was da heilsamer ist, ob die Creme selber, die Chemie, Biochemie oder die Zärtlichkeit, die Psychologie. Wäre es möglich, das Zweite, wäre das Wirksamere. Und dann können Sie sich daran erinnern, wie gut es sein mag, mal ein Massagesalon zu besuchen. Ja, Donnerwetter, jetzt müssen Sie viel Geld darauf bringen, dass Ihnen mal eine körperverordnete Zärtlichkeit wird. Soll gut tun. Und tut es tatsächlich. Und sogar wenn Sie an Sonne und Salz denken, müssten Sie sich nur mal in die Badewanne setzen und Sie hätten die Wärme der Sonne und Sie hätten das Salz der Thalassotherapie, der Meerestherapie, auch wieder teuer zu erwerben auf einer der Nordseeinsel. Sie könnten es selber haben, aber was Sie wirklich spüren, ist die Zärtlichkeit der Wärme, das Eintauchen in einem Raum, der Sie umfängt, wie die Wärme der Arme eines Menschen, einer Mutter, eines Vaters, eines Geliebten, der Sie so umschließt. So wirkt das Wasser. Eine Zuständigkeit wie vor der Geburt, eine Wärme, die alle Angst aufschließt, das könnte ja alles heilsam sein, bei Hauterkrankungen. Tatsächlich habe ich das so gehört von einer Frau, die ihr Leben lang mit Neurodermitis geplagt war. Es ging zu ihrem eigenen Erstaunen plötzlich weg, als sie unerlaubterweise mit einem Mann, der eigentlich schon verheiratet war, in ein Verhältnis trat. Alles, was sie machte, war nach ihrer Moralauffassung Sünde, hätte überhaupt nicht sein dürfen. Aber die Energie der Verbundenheit, die Sehnsucht endlich geliebt zu werden, hob sie hinweg über alle Gesetze. Es tat ihr gut. Selbst die Schuldgefühle spielten die Rolle nicht mehr. Die Selbstablehnung, ich bin nicht liebenswert, wie kann man einen Menschen wie mich denn überhaupt lieb haben, wurden weggenommen durch die Erfahrung einer Wirklichkeit ganz anderer Art. Endlich gibt es Geborgenheit. Endlich gibt es Annahme von Grund auf. Endlich darf ich sein. Endlich habe ich das Gefühl, gemocht zu werden. Dieser Andere mag mich wirklich. Er spielt nicht mit der Liebe. Er will wirklich mich. Und er irrt sich nicht in der Person. Alles, was er mir sagt, ist wie eine Widerlegung meiner Minderwertigkeitsgefühle. Ahnen Sie, was sein könnte und sein müsste, ehe man sich hin bewegt zu einer Heilung der Haut von einer schweren Krankheit und Sie beginnen ungefähr zu verstehen, was Jesus hier macht. Schalten wir noch dazwischen. Es gibt Hauterkrankungen, die furchtbar sind. So sehr, dass wir sie kaum zu Gesicht bekommen. In der Nähe von Münster, in Ornheide gibt es und gab es eine Spezialklinik für Lupus Erkrankungen. Lupus ist Wolf und Erkrankung Erkrankung ist rötlich machend. Eigentlich ist das eine Erkrankung, die sich hineinfrisst durch Autoimmunreaktion und sie kann bis in den Körper hinein, über die Haut, ganze Teile wegnehmen und fressen. Schlimme Verunstaltungen im Gesicht, an den Händen, an den Gliedmaßen. Eine furchtbar erscheinende Erkrankung. Deshalb werden die Leute, damit sie keine Dauerbelastung mehr sind, beim Ansehen durch andere ausgegliedert, in eine Spezialklinik gebracht. Behandelt in gewissem Sinne. Bluchokorticoide kann man einsetzen, Stresshormone, simpel gesprochen. In der Hoffnung, dass sich die Krankheit zu meist mildern könnte. In der Anfangsphase kann das sein, die Spätschäden sind eigentlich nicht mehr heilbar, es sei denn durch Beauty Chirurgie eine neue Abteilung, die wir erfunden haben, sehr viel später. Eigentlich sind wir hilflos gegenüber solchen Erkrankungen, aber Autoimmunerkrankungen sind in aller Regel stressbedingt, eine Überreaktion des Körpers auf sich selber, Angst, die sich einfrisst, jetzt in die Haut und angreift, missig wird, gefährlich wird, schädlich wird und wehtut, immer nur wehtut, der ganze eigene Körper, ein riesiges Feld des Schmerzes, innen und außen durchrissig geworden, nicht mehr abschirmt, sondern durch die Verletzung, durch die Verwundbarkeit, vollkommen offenstehend, für jede Berührung überempfindlich und übersensibel. Wie man damit zu leben lernt, ist auch ein psychologisches Thema, ein therapeutisches, aber wie will man es denn vermitteln, außer erneut, durch Berührungen, die mal nicht wehtun. Und wie sensibel müssten die jetzt sein, wie feinnervig, wie einfühlend. der andere hat Angst, berührt zu werden. Also kann man keine Nähe, körperlich ohne dies nicht, aber nicht einmal seelisch mit ihm in Verbindung bringen, außer in den Zonen der Erlaubnis. Nur ganz, ganz langsam. Diese Frau mit ihrer Neurodermitis konnte mir eines Tages sagen, wie unser Gespräch verlief, über lange Zeit hin. Wenn sie kam, saß sie in dem Stuhl, aber unsichtbar. Sie hatte wunderbare Haare, aber die ließ sie lang vor das Gesicht fallen wie eine Schutzwand. Das Gesicht war unsichtbar. Man durfte sie nicht sehen. Irgendwann änderte sich das, sie erzählte auch ihre Träume. Und dann hatte sie einen Traum, sie geht über die Straße und sieht, dass ich hinter ihr herkomme. Ein großer Abstand. Ich begleite sie, aber halte den Abstand ein. Und das ist ihr Trost. Ich verringere nicht den Schutzabstand, den sie sich selber verordnet. Keine allzu große Nähe, keine aufgezwungene Annäherung. Der Abstand wird eingehalten in Respekt vor ihrer Angst. Es ist mal erlaubt, Angst haben zu dürfen. Wenn das so ist, kann es zum Wunsch werden, der andere möchte ein Stück näher kommen. Schrittweise. Das ist die Geschichte von Exuperis kleinen Prinzen. Der Fuchs kommt immer dem Prinzen ein Stückchen näher. Und mit ihrer Annäherung wird er vertrauter. Lässt er sich zähm in seiner Angst von einem wilden Tier gewissermaßen zu einem Haustier. Er findet eine Heimat in der Nähe des kleinen Prinzen. Und der Fuchs kann dem kleinen Prinzen eine Menge beibringen, was er noch lernen muss, um mit Menschen zurecht zu kommen. So ähnlich in Kurzform bei Exuperi alles, was wir Psychotherapie nennen. Nimm Rücksicht auf die Angst des Anderen. Überwälte sie nicht. Geh schonend damit um. Schonend ist das Gegenteil von zudringlich. Rechne damit, wie berührungsempfindlich die Haut des Anderen ist. Wie leicht etwas, das zeitlich gemeint ist, ihm immer noch wehtun kann, in Erinnerung all des Verletzenden, das er erleben musste. Nur ganz langsam, mit viel Geduld, mit einer räumlichen Verschiebung aufeinander zu. So kann es gehen und anders überhaupt nicht. Wenn wir bei der Lupuskrankheit sind, wir eine der Vorfahren, die in schlimmster Prägung uns auf das Krankheitssignal vorbereiten, von dem hier gesprochen wird. Lepra. Aussatz. Das ist eine Erkrankung, die auch zu tun hat mit Verschiebungen unserer Immunabwehr, aber die bedingt ist, durch Pilz-ähnliche Bakterien, Mycobacterium, das können wir haben bei der Tuberkulose zum Beispiel und so gibt es eine Lepra-Farm, die auch so eingeteilt wird. Tuberkuloid nennt man sie, die andere nennt man Leprosomatös, das ist einfach abgeleitet von Lepra. Gegen beides geht man wieder an mit Lukocorticoiden, aber wie hilft man? Inzwischen hätte man sogar Spritzen, mit denen man im Frühstadium die Lepra ausmerzen könnte. Das wäre ein Heilmittel für die Welt, denn immer noch mütet die Lepra und unbehandelt kann sie zu furchtbaren Ausfällen führen. Schrecken erregen. Die Menschen, die davon betroffen sind, als Aussätzige wirklich ausgesetzt sein lassen. Das Problem ist, die Spritze würde ungefähr 10 Euro kosten. Die Lepra wäre weltweit behandelbar. Die existierte nicht als Problem. Wenn wir 10 Euro für die Spritze am Anfang ihres Ausbruchs hätten, aber haben wir die, dürfen wir die haben? Wir haben Wichtigeres zu tun. Militär zum Beispiel, da müssen wir Menschen ermorden können, wir müssen sie bei Leib verbrennen können, wir müssen ihre Haut vernichten können, dass nichts mehr übrig wird. Dafür haben wir Geld milliardenfach 800 Milliarden jedes Jahr in den USA, 100 Milliarden Sondervermögen in Deutschland für Lepra? Nee, unmöglich. 10 Euro für Lepra? Für ein paar hunderttausend Menschen, deren Leben mal lebenswert gemacht werden könnte? Nein, 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 müssen wir immer an der falschen Stelle. Ein wunderbares Wort hier im Markus Evangelium ist, der wurde Jesus von Mitleid ergriffen. Ich kann die Pause gar nicht lange genug machen. Die ganze Welt würde sich ändern, wird sich ändern, wenn Menschen mal reagieren auf menschliche Not mit Mitleid. Das ist die Bedingung, überhaupt heilend und heilsam miteinander umgehen zu können. Für Arthur Schopenhauer war Mitleid die Grundform von ethisch anständigen Verhaltennimmungen miteinander. Ergriffen von Mitleid. Das, was der andere in seinem Leid empfindet, geht mich etwas an, macht etwas mit mir. Das ist Mitleiden. An seiner Stelle Gemeinsamkeit aufnehmen, in der Verbundenheit gemeinsamen Leids. Das kommt zustande. Wenn wir Leute hätten, die nicht nur Macht verwalten wollen, sondern die Mitleid besessen, denen es um die Menschen ginge, wäre die ganze Welt verschieden. Völlig anders. Eine andere Gottheit, das hatten wir die letzte Stunde, eine andere Form des menschlichen Umgangs miteinander. Wir könnten uns erlauben, Mitleid zu empfinden. Das hatten wir früher bei Besprechung der Berch Predigt, eine der Seligpreisungen. Ich nenne richtig lebend, glücklich, mit sich im Einklang, die Menschen, die noch die Fähigkeit, sich bewahrt haben, weinen zu können. Haben wir das übersetzt, die Trauernden. Die werden die Welt erlösen, die anderen nicht. Der Zugang, heilen zu können, ist das Mitgefühl, die Mitempfindung, das Mitleid. Das ist, was alles verändert. Wie könnten wir uns hineinfühlen in die Situation eines solchen Ausserziehern? Das müssen Sie unbedingt, um diese Geschichte zu verstehen, nachlesen im Alten Testament und dann werden Sie ein Schrecken bekommen. Drittes Buch Moses, genannt Leviticus, die Kapitel 13 und 14. Da ist scheinbar L lang die Rede von Aussatz. Es ist eine Zeit, in der man ihn medizinisch nicht versteht. Auch hier jetzt, haben Sie gerade gehört, der eben Geheilte soll sich zeigen, dem Priester und Opfer für Gott darbringen. Die Krankheit ist ein religiöses, kein medizinisches Erleben. Der Heilende und der Diagnose Stellende ist ein Priester, ein Gottesbeauftragter. Die ganze Medizin liegt in den Händen der Religion und sie entscheidet darüber, wer zugehörig ist und wer draußen bleiben muss. Aussatz, das heißt eine Hauterkrankung, die sichtbar wird, bestraft sich mit Ausschluss aus der menschlichen Gemeinschaft. Der Grund dafür ist, dass sie so entsetzlich aussehen kann, die Leprakrankheit und man hält sie, weil sie so schreckliche Verletzungen hervorrufen kann, für ansteckend. Man fürchtet sie derart, dass man sich sofort selber bedroht fühlt und das macht einen Taburaum zum Schutz auf. Die Leprakranken dürfen andere nicht anstecken. Sie müssen ausgeschlossen bleiben. Sie müssen sich entfernen aus der menschlichen Gemeinschaft. Sie dürfen ihr Haus nicht mehr betreten. Sie müssen draußen vor der Stadtmauer oder irgendwo bleiben. Wovon sollen sie leben? Man kann Nahrung ihnen wie den Hunden draußen über den Zaun oder über die Stadtmauer werfen. Aber dann müssen sie verschwinden. Man darf nicht in ihre Nähe kommen. Auf gar keinen Fall sie berühren. Hautkontakt muss vermieden werden. Auf das Peinlichste. Und Sie, die Aussätzchen, haben die Pflicht warnend von Weitem schon jeden Kontakt abzusparren. Kommen mir nicht zu nahe. Das was wir eben noch als das Hauptproblem etwa bei der Neurodermitis geschildert haben, ist hier die moralische Pflicht. Kommen mir nicht zu nahe. Das ist ein göttlicher Auftrag. Das Mosaische Gesetz Leviticus 13 L lang. Zwei Seiten. Schutzmaßnahmen vor der ansteckenden Krankheit der Lebra. Es ist heute das wir wissen sie ist ganz schwach ansteckend eigentlich gar nicht. Aber der Schrecken ist furchtbar. Und er steht im Gesetz des Moses. Eines begreifen sie hier. Wie man sich ausgeschlossen fühlt, vereinsamt fühlt, indem man das Recht abgesprochen bekommt, überhaupt sich noch näher zu wünschen. Reiner Maria Rilke hat das in einem kleinen Gedicht im Buch der Bilder beschrieben. Sie Ich bin einer, dem alles genommen wird. Keiner mehr in der Stadt weiß von mir. Aussatz hat mich befallen. Und ich schlage mein Klapperwerk, klopfe mein trauriges Augenmerk in die Ohren allen, die nahe vorüber gehen. Und die es Hölzern hören, sehen erst gar nicht her, denn was da geschehen, wollen sie nicht erfahren. So weit der Klang meiner Klappe reicht, bin ich zu Hause. Aber vielleicht machst du meine Klappe so laut, dass sich niemand in meine Ferne traut, der mir sonst aus der Nähe weicht, so dass ich sehr lange gehen kann, ohne Mädchen, Mann oder Frau oder Kind zu entdecken. Tier will ich nicht schrecken. Ich zitiere Rilke mit Empfinden sich darin ausdrückt. Die erste Hälfte des Gedichts ist nicht vollkommen im Endrein, sondern weist eine Menge Stierstellen auf und das muss auch sein, weil sprachlich wiedergegeben wird, ein Stück der Eigenempfindung. Nichts passt zueinander. Erst in der Quintessenz, in der Darstellung der restlosen Einsamkeit reimt sich alles, lückenlos bis zum Ende, passt eins ins andere, in der vollkommenen Isolation. Es gibt keine Menschen mehr. Man ist zu Hause im Zuhause. Man ist so weit entfernt von allen, dass man Menschen gar nicht mehr antrifft. dafür stehen die Tiere einem nahe. Und das ist fast wie ein Gottes Segen. Die kann man nicht erschrecken. Die fürchten nicht den Anblick eines Aussätzigen. Aber die anderen mit der Klapper warnend in der Nähe würden sie fliehen. Aber der Klang der Klapper wird sie schon von Ferne abhalten. Auch davor weichen sie zurück und zur Kenntnis nehmen will und wird das keiner. Weg schauen. Weg gehen. Nur nicht hinsehen. Nur nicht darauf zugehen. Das ist das wirklich Furchtbare jetzt im Gesetz des Moses. Die Kontakt absperren. Bei einer Krankheit, die im Hauptbereich gerade die Annäherung brauchen würde. Die Zärtlichkeit, die Warme des Herzens, das sich mithaltet, in körperlicher Nähe, unterdrückt und verbietet. Ich deutete schon an, das Problem kennen wir. Die Zeit ist noch nicht lange her und es ist möglich, sie droht wieder, es wird wieder irgendeine Pandemie, Epidemie, irgendwas geben, wo die WHO sogar dahinter steht. In Corona-Tagen hatten wir genau das, Nachverfolgbarkeit der Kontakte. Die Kontakte sind gefährlich, die Kontakte gehören verboten. Meine Frau, 80-jährig, liegt auf dem Sterbebett irgendwo im Altenheim. Kein Kontakt, telefonisch allenfalls. Wofür hat man Handys, Smartphones, aber doch kein Kontakt? Wie viel Einsamkeit kann man verordnen, wenn man Hygieneregeln per Gesetz, staatlich organisiert durchsetzen will? Da kann man eine Menge machen. Was gehört zusammen, was muss man ausschließen? Gesundheitsmaßregeln sind das. Gesetzlich göttlich verordnete Reinerhaltungsgesetze zur Reinheit der Hygiene im Zusammenleben. Da kann man sich vieles einfallen lassen. Wann ist es noch zumutbar bei einer Erkältung, dass man zur Arbeit geht? Wann ist etwas Pflicht Erfüllung und wann ist es Pflichtverrat durch mögliche Ansteckung und Gefährdung? Auf wie vielen Vorplätzen unserer christlichen Kirche entstand? Impfen ist Christenpflicht, aber dann auch Kontaktsperre. Man hat ein Handy bei sich zu haben, damit man nachverfolgen konnte, wer wen und wen besucht und wen Vorwurf der Kontaktschuld. Man hatte sich berühren lassen, man hatte jemanden berührt. Wie viele Formen der Aussätzigkeit kennen wir rein sozial bedingt? Das wird jetzt ein ganz weites Feld, wie Sie erahnen können. Wen muss man alles aufschließen? Wir haben heute Medien, die sagen können, wer jemanden verstehen will, wovon wir doch gerade geredet haben, kann schuldig werden. Putin verstehen der schwerste Schuldverwurf in unseren Tagen, wo wir Krieg haben müssen, wo wir 100 Milliarden brauchen für Bomben, für Raketen. Verstehe den Verbrecher. Sprache unseres Kanzlers, dass ihn vielleicht gefallene Engel aus der Hölle. So muss man das sehen. Wir leben in einer Zeit, wo das Verstehen ein Verbrechen ist, was den Falschen meint. Dabei werden wir alle Probleme nur lösen, indem wir die Gründe dessen zu begreifen versuchen, was wir als gefährlich erkennen. Gerade da müssten wir die Ursachen begreifen, statt gegen das Symptom anzugehen, mit gleichen Mitteln und damit alles nur verschlimmern. In einer Zeit, wo das Verstehen zum Verbrechen wird, wird schwer, Menschlichkeit zu bewahren. Und was lernen wir aus einer Geschichte wie dieser? Was sonst noch kann man ausgrenzen? Wer nicht konform ist mit der verordneten Meinung, nicht Political Correctness wahrt, ist ein Querdenker. Ich habe noch in einer Buchreihe geschrieben, Querdenker, das war vor 40 Jahren ein Ehrentitel. Da gibt es doch Leute, die denken selbstständig, die laufen nicht hintereinander her. So wie Albert Einstein mal meinte, vom gesamten Militär, wenn jemand in Reihe und Glied marschiert, da verachte ich ihn schon. Er braucht das Gehirn gar nicht, das Rückenmark, mehr ist für ihn nicht nötig. Jeder Tausendfüßler übertrefe ihn. Querdenker gehen in die andere Richtung, sonst wäre es nicht quer. Sie denken selbstständig. Sie nehmen das Risiko in Kauf, dass sie Widerspruch ernten und den brauchen sie auch, weil die Stromlinien fermier Ausrichtung der Gedankenbahn ihnen nicht richtig vorkommt. Korrekturbedürftig erscheint. Sie müssen sie ein Stück mal gucken, wie es jetzt weitergehen soll. Ein Schlusspunkt wird gesetzt, alles unangenehm, schwierig, Zumutung, muss man gegen sein. Für die Leute, die immer schon wissen, was die anderen sagen, damit es richtig ist, auch für sie selber, die das eigene Denken vermeiden, werden Querdenken als wechselseitig wie man es gerne hätte. Man hört den Mann dann so zu, dass man sein Echo wird. Kann man haben. Aber dann vermeidet man Persönlichkeit auszubilden. In diesen Wust von Ausgrenzungen hinein gibt es viele Ebenen. Manche können rein psychologisch bedingt sein. Kinder mussten aufwachsen und fühlten sich ausgegrenzt, ausgesetzt durch vielerlei Umstände ist heute in den Schulen ein schlimmer Wettbewerb. Dass die kinderreichere Eltern demonstrieren, dass sie etwas sind, dass ihre Eltern stolz sein können auf sie, dass aus ihnen durch den Vorteil in dieser Familie groß geworden zu sein natürlich auch besondere Ansprüche entstehen. Und das geht nicht mit so einem Bettelkind daneben an. Im halben Asozialen, wo der Vater keinen Arbeitsplatz hat, wo die Mutter den hinter einer Theke stehen muss, das kann sich nicht schön kleiden, das hat zu Weihnachten nicht die schönen Schüchen, das bekommt auch nicht alles, was sie sich gewünscht hätte unter dem Weihnachtsbaum. Also kann man darauf nur verächtlich herabschauen. Wenn sie das gelernt haben, kann es zum Dauergefühl werden. Ich bin ein Niemand, ein Nichts, ich nicht groß, nicht klug. Ich komme auf den Bahnsteig und alle Züge sind längst abgefahren. Ich hinke immer hinterher und ich finde nie den Anschluss. Wenn das zum Grundgefühl wird, haben sie Aufsatz. Sie sitzen da immer draußen. Und dieses Gefühl wird so stark, dass sie später in Repetition den anderen auch vermitteln. Wie ich eben sagte bei der Neurodermitis Patientin, sie trauen sich an die anderen gar nicht mehr ran. Sie werden doch nur verstoßen, verspottet, verlacht. Dann wird ihnen wehtun. Es ist nicht wünschenswert, den anderen näher zu kommen. Dann suchen sie am Ende die Einsamkeit. So wie Rölke das gerade sagte, so weit der Klang meiner Klappe reicht, bin ich zu Hause. Denn alle werden weichen. Aus der Nähe und aus der Ferne, wenn es laut genug ist, trauen sie sich nicht. Sie merken, dass wir ein einziges Problem, eine Form der Heilung von der Lepra vor uns haben. Aber was wir erleben, ist das Spektrum einer Vielzahl von Kränkungen, Krankheiten, Leidensformen. Ich muss, damit sie das mosaische Gesetz ein bisschen verstehen kann, auf die Wirkung, die die Lepra psychologisch bei den Beobachtern hinterlässt, noch ein wenig ausformen. Im 14. Kapitel des dritten Buches Moses, genannt Leviticus, finden sie Aussatz beschrieben, da wo sie nicht vermuten würden. Stoffe können aussätzig werden. Wird gesagt, eine Woche lang muss der Priester sie beobachten, wie sich der Aussatz verbreitet, auf dem Stoff, auf dem Lein, auf der Wolle, auf der Kleidung. Mehr noch, ein Haus kann befallen sein, ich würde jetzt sagen, von Schimmel, aber gesehen wurde es damals als aussätzig. Und die Flecken der Unreinigkeit auf der Hauswand verbreiten sich immer weiter. Die Folge, das ganze Haus wird abgerissen. Man kann es ja nicht in gewisser Maße voll die Stadtmauer auslagern. Man kann es ganz neu errichten und bauen. Aussatz bei Kleidung, Aussatz bei Wohnhäusern. Es ist ein Tabu, das sich immer weiter in der Angst verbreitet. Und was kann man tun, dem zu begegnen? Es gibt Geschichten, zum Beispiel vom Heiligen Franziskus. Für ihn galt nicht das Gesetz des Moses. Ein göttliches Verbot, sich einem Leprakranken anzunähern. Er tat es einfach. Er überwand das Tabu der Psychologie, der Angst und des Ekels vor der Entstellung des Gesichts eines Anderen. Von Franziskus wird berichtet, dass er genau das tat. Er ging auf einen Leprakranken zu und umarmte ihn. Er riskierte die Gefahr der Ansteckung. Um 1200 hätte man medizinisch das unbedingt geglaubt. Es gibt andere Beispiele. Man hatte im 19. 18. Jahrhundert Sonderinseln gesucht, auf die man die Ausserziellen verfrachtete. Molokai war und ist so eine Insel. Und man erzählt es von Damian der Wüste, einem Heiligen, dass er sein Leben einsetzte die Leute auf Molokai, die Leprakranken, zu besuchen. Will sagen, nicht nur zu besuchen, sondern sein eigenes Leben mit ihnen zu teilen. Das ist das Ungeheuerliche. Ich erzähle es gerne und immer mal wieder. Mein Freund Bischof einmal von Evreux in die Kirche als Bischof abgesetzt hat, brachte sein weiteres Leben damit zu, dass er in der Rue de Dragon in Paris sich zusammensetzte mit der Saint-Papier, Asylsuchende ohne Bescheinigung. Das ist hier in Paderban ein unglaubliches Problem in unserer Behörde. Könnte ich Beispiele erzählen, die dadurch beeindrucken, dass es in anderen Städten sehr viel einfacher sein kann. Aber die Ausländerabteilung in einem katholisch geführten CDU abhängigen Ort muss streng sein. Und jetzt erst recht, wir haben Ausländer gesetzt, das ganze Migrationsproblem. Wir haben kein Geld für Migration. Die Bevölkerung verträgt nicht den Zuzug. 800.000 Ukrainer sofort, aber alle anderen eben nicht. Diejenigen, die vor den Kriegen fliehen, die wir selber angezettelt haben, nicht bei uns. Ist Ausgrenzung. Jacques Cailloux hat das Problem als Franzose. Viele der Ausländer kommen natürlich aus Algerien, dem Land. Der Kolonialerschaft der Franzosen, des Bürgerkriegs der Franzosen, der Terrorangriffe auf Franzosen, der Unterdrückung der Terroristen durch Militärzustände, fast hätte ich gesagt, wie im Nahen Osten. Die Folgen sind heute noch in der Banlieue, im Vorort, Vetteln, ringsum Paris, bis heute greifbar. Irgendwann wurde Jacques Cailloux den Ämtern auffällig, verdächtig, gerichtlich vorzuladen. Er ist gestorben im letzten Jahr und eine linkskatholische Zeitung auf französisch Goliath berichtet, wie es dazu ging. Die Staatsanwaltschaft fragt ihn, was machen sie mit denen? Predigen sie denen? Die sanfte Antwort meines Freundes Jacques Cailloux lautete, ich habe den nicht gepredigt. Sie haben mir erzählt von ihrer Einsamkeit, von ihrer Hoffnungslosigkeit, von ihrer Verlorenheit, Mutlosigkeit, von ihrer Geduld, von ihrer zögernden Hoffnung, von ihrer Dankbarkeit für einen kleinen Augenblick angeschaut zu werden. Ich habe denen nicht gepredigt. Sie haben mir erzählt von Gott. Können Sie das verstehen? Redet er zu ihnen auch im Gerichtssaal? Ausgesetzte, Aussätzige, das Entscheidende hier in der Erzählung ist, dass Jesus ergriffen von Mitleid das Gefühl der Verbundenheit mit einem Kranken, der ihn braucht, der ihn kniefällig anredet, hilf mir doch, wenn du willst, kannst du es doch. Über das Gesetz des Moses sich hinweg setzt, da steht es geschrieben, aber im eigenen Herzen herrscht ein ganz anderes Gesetz. Und die gefühlte Menschlichkeit ist eigentlich doch das, meint Jesus, was Gott wirklich gewollt hat. Er will nicht, dass man Menschen aufsperrt. Er wird später sagen in der Beich Predigt, er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, lässt es regnen, über Gerechte und Ungerechte. Und er müsste hier hinzufügen über Reine und Unreine. Das ist genau dasselbe. Es ist kultisch mitverankert, wie ich ja sage. Wie wäre das ein moralisches Gebrechen, wenn man aussätzig wäre. In der Vielfältigkeit der formlich, eben sozial, psychologisch, somatisch versucht er zu verdeutlichen. Die Grenzen sind nicht so klar, wie wir sie medizinisch gerne hätten. Wenn ich schon sage, manches ist dabei eine Autoimmunerkrankung, ist ja deutlich, dass die Reaktion von draußen sich hineinfrisst, über die Angst der Seele bis in den Körper hinein und sich dann wieder rückend äußert in dem Umgang miteinander. Was Jesus tut, ist entsprechend seinem Gottesbild, von dem wir sagten, es heilt die ganze Religion, eines strafenden, gerechten, gesetzeverlassenden Gottes, eines beaufsichtigen Gottes, einer Allmacht im Himmel, einer Kontrollinstanz dauernd. Er verwandelt dieses Gottesbild in eine wohltuende Güte, die uns will und meint. Und das ist jetzt der Ernstfall Jesu. Wenn wir das glauben, gibt es keine Ausgeschlossenen, gibt es keine Auszusetzenden mehr, weder durch körperliche Erkrankungen, noch durch soziale Unterschiede, noch durch moralische Divergenzen. Es gibt unter dem einen Himmel Gottes, wenn darin Wohnung hat, denjenigen, den Jesus unseren Allervater nennt, kein Mensch, der ausgeschlossen wäre. Darum geht es hier, es geht nicht um die Heilung eines eigenen Leprakranken, es geht um die Änderung der Welt, durch Mitleid, sagte ich eben, durch eine neue Definition der Zusammengehörigkeit, das zeigt sich jetzt, was Jesus um keinen Preis tun darf, genau das tut er, er durchbricht das Tabu. In den Tagen von Corona wurde mir das zum Hauptvorwurf gemacht, dass ich gesagt hätte, das sollten doch die Kirchen machen, die sollten zu den Kranken gehen, statt sie auszuschließen, die brauchen die Gemeinschaft. Wie kann man Kirchen schließen, aus Angst vor der Krankheit, weil das Robert-Koch-Institut verfügt hat, ansteckend ist. Man darf Menschen nicht anstecken, das ist richtig, aber wenn man sich gesund fühlt und jemandem dann helfen kann, hat man dann die Sparwand des Gesetzes, die Nachverfolgbarkeit des Handys, das im Übrigen werden wir noch verbessert erleben beim nächsten Mal, wie man die Handys kontrolliert, da wird dem Staat noch eine Menge einfallen. Schon wenn Sie Bahnfahrkarten kaufen, müssen Sie jetzt angeben Ihre Handynummer und alles, was Sie da zurücklegen mit der Bahn AG ist nachverfolgbar für den Staat natürlich und gespeichert für lange Zeit, das Internet vergisst nie und so weiter. Was Sie hier miterleben ist die Änderung einer ganzen Welt und damit auch des Umgangs miteinander untereinander. Wie durchschreitet man entsprechend dem, wie Franziskus oder Damian die Wüste sich verhalten hat, die Tabuschranke der Angst. Das ist um 1200 oder im 19. Jahrhundert ein rein psychisches Problem geworden. In den Tagen Jesu ist es ein zutiefst religiöses Problem. Dann begreifen Sie, warum es Jesus so wichtig wird, dass er schimpfend, wenn man das sehr wörtlich übersetzen soll, mit Nachdruck übersetzt sich Liebe. Es ist nicht schimpfend, aber nachdrücklich. Es ist im Griechischen fehlübersetzt. Mit innerer Erregung sprechend ist damit gemeint im Hebräischen aufwallend, hitzig, alles Wörter, die das wiedergeben. Nachdrücklich, eindringlich. Er soll es niemandem sagen und sich hinüberbegeben zu den Priester, die Opfer verrichten, zum Zeugnis für die Priester. Es ist eine Heilung erfolgt, aber was Jesus sagen möchte, ist, es richtet sich formell gegen die Bestimmung des mosaischen Gesetzes. In Wirklichkeit aber wird es dem Gott gerecht, den ich so verstehe, wie er sich selber verstanden haben möchte. Er ist die Liebe und dafür als Zeugnis tritt die Heilung ein. Und bitteschön, das müssten begreifen die Priester, die Schriftgelehrten, die Theologen, die Moses Erklärer, die Nuancierer. Sie müssten begreifen, wie Gott wirklich ist. Und sie könnten es jetzt sehen. Was heilt? Nicht die Einhaltung des Gesetzes, sondern die Auflösung des geschriebenen Wortes durch das Gesetz des Herzens. Das ist Menschlichkeit. Das ist die Heilung von Menschen. Wenn das begriffen würde, im Heiligtum, wo die Priester walten, als Kontrollinstanz, als diejenigen, die krank und gesund zu beurteilen vermögen, gewissermaßen die Ärzte ihrer Zeit, die von Gott gesandten Heilkünstler, die Magier der Tabus, könnten wir kritisch auch sagen, dann kommt die Heilung da an und zurück, wo sie hergekommen ist. Wir müssen auch das uns noch ein Stückchen mal verdeutlichen. sehen. Der Kranke schläht Jesus an, inständig, wirft sich ihm zu Boden und schläht ihn an, wenn du willst, kannst du. Das ist eine Arzt-Patienten- Beziehung zum Unselien zu nennen. Aber wir verstehen, warum Patienten so denken. Der Arzt müsste nur wollen, dann kann er schon. Je größer die Not, desto kleiner fühlt sich der Patient, der wirft sich zum Boden. Und der Größenunterschied ist natürlich seelisch. Der Arzt wird immer größer, je kleiner der Patient sich fühlt in seiner Hilflosigkeit. Der Abstand wächst vom untersten Rand der Erde bis zum Himmel. Je leidender der Patient, desto näher in die Macht des Göttlichen wird der Arzt hineingerückt. Er müsste scheinbar nur wollen. Als wäre er mit seinem Wollen wie allmächtig. Er kann doch alles, was er will. Er muss nur wollen. Wenn wir eben sagten, die Krankheit wird moralisch zum Teil verstanden, zwischen rein und unrein, wie eine Strafe Gottes, müssten wir jetzt sagen, die ärztliche Kunst ähnlich. Sie wird moralisiert. Wir sind weit davon entfernt, dass wir hier eine biochemische oder physikalische Vorstellung von solchen kausalen Zusammenhängen besessen. Stunden vorher sagte ich, diese seelischen Heilungen haben eher etwas zu tun mit der schamanistischen Heilungsform in den Stammesritualen als mit der heutigen Medizin. Aber mit unserer Psychotherapie behaupte ich nach wie vor, haben sie eine Menge zu tun. Es geht um den Austausch unter den Menschen. Das hat Paracelsus, einer der Begründer unserer heutigen Medizin einmal sagen können, der Arzt ist von Gott. Und damit meinte er, es gilt ein Vertrauen zu gewinnen, das absolut sich über alle Angst hinwegs setzt. Die psychischen Ängste, die sozialen Ängste, die Angst vor sich selber, vor den Minderwertigkeitsgefühlen, vor der verinnerlichten Umwelt und der real erlebbaren Umwelt. Kann das ein einzelner Mensch überhaupt tun? Er ist nicht der Herrgott für den man ihn erklärt. Er ist nur ein schwacher Mensch, aber es ist möglich, dass ihm Vertrauen auf den Hintergrund, ihm Wissen, dass er nur ein Mensch ist, ein Arzt einem anderen Menschen menschlich so begegnet, dass von der Güte etwas auf die Erde kommt und heilend wirkt. Das wäre das ganze Wunder. Und es setzt sich fort im Tempelraum, im Inneren, bei den Priestern. Sie sind nicht mehr nur die Hüter der Ordnung, sie wären der Ort der Transformation, der gesamten Religiosität, der Fremdlichkeitshaltung. Sie wissen, dass es ganz anders kommt. Das ist nur das erste Kapitel des Markus-Evangelium. Und man hat gemeint, das Markus-Evangelium ist eigentlich nur eine nach vorne verlängerte Passionsgeschichte. Was Markus erzählen wird vom elften Kapitel an mit dem Einzug Jesu in Jerusalem ist das Leiden und zu Tode gequält werden Jesu. Genau für das, was er getan hat. Er hat Dämonen ausgetrieben, Kranke, geheilt, das Mosaische Gesetz gebrochen, es wird immer ungeheuerlicher, darauf steht die Todesstrafe. So wird das kommen. Die Priester sind nicht so bekehrend, die Theologen werden weitermachen, die Schriftgelehrten wissen immer Bescheid. Man darf die Welt nicht ändern, nicht als Querdenker, als Versteher. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Krankheiten heilen durch Verstehen, unmöglich doch. Bekämpfen das Böse, ja. Wie schlimm werden wir selber, wenn wir dabei bleiben müssten? Und wie viel geht von dieser kleinen Geschichte aus, alles zu verändern? Das sind die Wunder Jesu. Nicht wer vor 2000 Jahren eine Krankheit mal geheilt hat, die wir heute vielleicht medizinisch besser verstehen und heilen könnten, sondern wie die ganze Welt sich ändert durch eine neue Sicht. Ich gebe Ihnen zur Vervollständigung und zum Abschluss der Vorlesung heute noch eine kleine Geschichte, die finden Sie im Lukas Evangelium, wenn Sie mal fleißig nachblättern und sie hat auch zu tun mit der Heilung bei Auserziehen. 17. Kapitel von Vers 11 an und es geschah als er hinein ging nach Jerusalem und denselbe ging hindurch mitten durch Samaya und Galilaher. Da kommen zu ihm, als er in eine Stadt geht, zehn leprerkranke Männer. Sie bleiben von weit ferne stehen und sie erhoben ihre Stimme und sagten Jesus, Herr, erbarm dich unser. er, als er sie sieht, sagt ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern und es geschah, indem sie gingen, wurden sie gereinigt. Einer von ihnen aber, als er sah, dass die Lepra von ihm gewichen war, mit lauter Stimme zu Gott kehrte er zurück und er fiel auf sein Gesicht Jesus zu Füßen und dankte ihm und der war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sagte, sind nicht zehn Reihen geworden? die neun wo? Hat sich niemand gefunden, Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdstämmigen? Und er sagte ihm, steh auf, geh, dein Vertrauen hat dich gerettet. Dieser letzte Satz fasst noch einmal zusammen, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben. Es geht nicht mehr um Magie, es geht nicht um Allmacht Zuschreibung, wenn du willst, kannst du. Es geht um die Erzeugung von einem Vertrauen, das alles seelisch und dann auch im Einfluss auf den Körper zu ändern vermag. Psychosomatik, Psychoneurotik, Psychotherapie als so wichtig ist, zweierlei, was bei Markus in dieser Weise nicht vorgekommen ist. Einmal eine Vielzahl von Ausgesetzten, zehn Leute. Und sie halten sich an das Gesetz, sie bleiben von Weitem stehen, klehen, aber sie möchten geheilt werden. Hier jetzt berührt Jesus kein Einziehen von ihnen. Das passiert später, dass einer zu ihm kommt und kniefällig, also vor ihm liegt, um ihm Dank zu sagen, die Heilung, die sich hier begibt, ist anders. Jesus sagt ihnen, sie sollen gehen zu den Priestern und sich ihnen zeigen. Das ist ein Moment von Psychotherapie, das sie kaum wichtig genug nehmen können. Die Leute sind nicht geheilt. Man sollte denken, es ist doch eine andere Reihenfolge. Vorhin hatten wir Jesus berührt ihn, er ist geheilt, er ist rein geworden und jetzt zeigt er sich den Priestern als Zeugnis für sie. Das hat eine logische Reihenfolge. Hier vollkommen anders. Sie sind nicht geheilt, aber sie sollen gehen und sich den Priestern zeigen. Und dann heißt es hier und es geschah. Während sie gingen, indem sie gingen, wurden sie gereinigt. Sie merken, dass das völlig anders ist. Wenn sie hier die Psychotherapie beschreiben, die Jesus durchführt, müsste sie lauten, im Umgang mit Menschen, die kontaktarm, kontaktscheu, völlig verängstigt sind, dass sie beinahe, könnte man sagen, ihnen ein Gegenprogramm vermitteln, gegen die Angst, die sie in sich gelagert haben, immer wieder aufnehmen mussten. Sie sollen sich zutrauen gegen ihre Angst, sich der Kontrollinstanz, die sie verurteilt, in dem Zustand, in dem sie sich wissen und fühlen, ihr Leben lang schon vorzuzeigen. Geh und zeige dich den Priestern. Das ist der Auftrag. Genau diejenigen, die dich ewig verurteilt haben, die gesagt haben, im Namen des Moses, mit der Klappe, musst du jeden warnen, du hast jeden zu meiden, du gehörst nicht zu uns, bleibe draußen vor den Stadttoren. Genau zu dem gehst du und du zeigst dich. Können sie begreifen, was das bedeutet den Menschen? Ich bin nur verachtet worden, ausgelacht worden, ich habe nie recht bekommen, immer wussten alle anderen es besser. Und jetzt soll heißen, probier es doch mal, wag es doch mal, trau dir es zu. In meiner Nähe hat die Welt sich verändert, sie ist nicht mehr so. Die Menschen sind nicht nur abweisend, gegen dich, terroristisch, machtbesessen, ausbeuterisch, quälgeistig, verleumderisch, gehässig. Du kannst es probieren, es gibt womöglich andere. Und vor allem die Instanzen im Hintergrund, die Priester. Vielleicht sehen die dich eines Tages anders. Eben noch haben wir gesagt, es müsste sich der Tempel völlig ändern, die Religion völlig ändern. Wär es denn möglich, sogar den Priestern, könnte man zutrauen, den Gesetzeshütern, sie sehen dich noch einmal anders. Und es wäre nicht nur ausnahmsweise. Es wäre generell zehn Leute auf dem Haufen. Was Jesus erzeugt, ist gegen alle bisher gemachte Erfahrungen eine neue Einstellung zu gewinnen. Ein neues Selbstvertrauen im Umgang mit sich selber und ein Zutrauen dann in der Zugänglichkeit zu anderen. Das möchte er. Es ist hier der Auftrag. Die Heilung kann nur gestehen bei diesem Vertrauen und Zutrauen der selber gewonnen wird. Durch den Auftrag Jesu. Anders käme es nicht zustande. Indem sie es tun, indem sie gehen, indem sie es probieren, bessert sich es. Sind sie mit mal nicht mehr die Ausgesetzten, sondern genauso rein wie alle anderen. Sie sind nicht mehr verachtenswert, soll das heißen, nicht mehr hässlich, nicht mehr gekennzeichnet, nicht mehr mit Makeln behaftet. Sie sind ganz normale Menschen und man darf sie mögen, man darf sie in die Arme schließen, man darf sie liebhaben, sie selber dürfen Kontakte finden, die ihnen guttun, Menschen begegnen, die auch die inneren Gefühle, da möchte ich mit zusammen sein, erwidern und in Wechselseitigkeit austauschen. Das geschieht hier. Und dann haben wir ein merkwürdiges religionshistorisches Problem, das uns bis in die Gegenwart verfolgt, wie alles, was vor 2000 Jahren scheinbar nur damals in der Bibel steht. Jesus, um nach Jerusalem zu kommen, geht durch Samaria und Galiläa. Sie könnten in ihrer Bibel nachsehen, wo Samaria liegt, das ist das sogenannte Nordreich gewesen und der Rest bestand davon in den Tagen Jesu. Die Bibel des Alten Testament ist weitgehend geschrieben worden, aus der Perspektive der Juden, der Judäer, die im Süden leben. Der Norden war kulturell beeinflusst im fruchtbaren Halbmond von allen möglichen Einflüssen. Man regierte dort anders seit Jerobe am Tagen in der Nachfolge Salomos. Ich muss jetzt nicht die Geschichte Israels erzählen, aber der Wendepunkt ist eindeutig. Nach dem babylonischen Exil hat Esra vieles von dem, wie wir es heute lesen, die Schriftgelehrten in Babylon, zusammengestellt, um eine neue Hoffnung bei der Rückkehr nach Kanaan, nach Palästina zu bekommen. Und Esra sorgt dafür, dass die Samaritaner nicht mehr dazugehören. Das war noch die Hoffnung des Ezehiel. Das war noch die Hoffnung des Iremia. Das wird sein, die Hoffnung des Jesus aus Nazareth. Auch Samaritaner gehören zu uns, sind Juden. Nein, Esra weiß, sie gehören nicht in unseren Kult hinein. Unsere Priester sind unsere Priester und die Samaritaner haben nichts damit zu tun. Sie verehren Gott, weiß der Kogoko, ja ganz klar auf dem Berg Gerizim. Das ist da, wo heute die Palästinenser wohnen, in der Nähe von Nablus. Der Ort ist ihnen manchmal beim Zeitungslesen begegnet, weil wieder mal Terroristen, Siedlerbewegungen unter den Palästinensern für Ärger und Aufredigung sorgen. Ramallah ist der Sitz einer Regierung über Palästinenser, die von den Israelis dadurch unterdrückt wurde, dass man die Hamas gefördert hat, die heute als Terrororganisation gilt. Man musste die Palästinenser spalten. Abbas musste abwirtschaften. Der Gazastreifen wurde geräumt von den Juden und jetzt hat man eine perfekte Terrororganisation. Die muss man, den Rest kennen sie selber. Wenn sie heute sprechen mit Juden, sprechen Samaritaner keine Rolle. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Tatsächlich haben sie eine absolute Minderheit. Ich weiß nicht wie viele, ungefähr 300 Leute leben da noch in der Nähe des Berges Gerizim. Aber für Jesus sind Samaritaner einfach Menschen. Auch Juden. Anders Stämmehe, heißen sie hier. Aber entsprechend nimmt Jesus sie auf. Und die Spaltung, wir sind die Juden, das sind die Samaritaner, vertragen sich so wenig wie die Spaltung zwischen rein und unrein. Zwischen gesund und krank. Wir alle als Menschen brauchen dieselbe Güte, dieselbe Gnade, leben von dem Geschenk, das wir sein dürfen. Und dann wird es die Frage der Dankbarkeit. Dieser Samaritaner, der ewig Ausgegrenzte, der selbst unter den Juden am meisten Verachtete, findet nötig zu lernen, das Dankbarkeit. Der beste Beweis seiner Heilung ist, er erlebt sein Leben nicht mehr als verflucht, sondern als Geschenk. Er darf sein. Er ist dabei. Er kehrt zurück zu dem Mann, dem er es verdanken darf. Diese Dankbarkeit gilt aber jetzt nicht einmal Jesus, sondern Gott, von dem es kommt. Und das ist, was Jesus eigentlich möchte. Wo sind die anderen Neuen? Sind sie nicht alle gesund geworden? Nur wann lernen wir, unser Leben zu verstehen? Als ein Geschenk, in Dankbarkeit, zum Weiterreichen. Das schließt sich ab damit. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Wir haben nur einen kleinen Abschnitt bei Markus und dann noch anschließend bei Lukas gelesen. Eine kleine Heilungsgeschichte. Aber sie merken, sie entscheidet über alles. Über Einsamkeit und Gemeinsamkeit. Oder französisch, Jacques Ayo würde sagen, zwischen Solidarité und Solidarité. Einsamkeit und Gemeinsamkeit. Solidär und solitär. Der Gegensatz hebt sich vollkommen auf. Er steht doch nicht nur in unserer eigenen Entscheidungsgewalt. Er selber, wenn er sich aufhebt, verdankt sich ein Geschenk, das uns alle umgreift. In den Händen Gottes. Ich wünsche Ihnen Dankbarkeit für Ihre Aufmerksamkeit. Heute hier im Samstag Ihnen ein schönes Wochenende. Eine schöne beginnende kommende Woche. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Im Wintersemester haben wir jetzt noch zwei Vorlesungen. Dann ist schon kurz vor Weihnachten. Und dann geht es im neuen Jahr weiter noch mit sechs, sieben anderen Vorlesungen über Heilungsgeschichten. Ich hoffe, Sie sind gespannt darauf genug, wie es weitergeht. Es geht ganz enorm noch weiter gesteigert. Soll es ja sein im Verlauf einer Vorlesung. Also getrost, ruhig, am Wochenende und gespannt fürs nächste Mal. Auf Wiedersehen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.